Willkommen in Amsterdam. Wir fahren heute den Golf TSI Blue Motion. Es ist das erste Mal, dass Volkswagen einen Dreizylinder im Golf verbaut. Es ist das erste Mal, dass ein Benzinmotor den Titel Blue Motion trägt. Was der Wagen kann, was er wirklich verbraucht, das schauen wir uns jetzt an. Doch auch der neue Golf TSI Blue Motion ist ein Golf. Mit 4,25 Meter Länge und 1,79 Meter Breite besitzt er die gleichen Maße außen und innen, wie wir es vom Golf kennen. Wie bei allen anderen Modellen gibt sich auch der Golf Blue Motion hochwertig und bietet reichlich Ausstattungsmöglichkeiten, um ihn individuell zu konfigurieren. Die Liste möglicher Sicherheits-, Assistenz- und Infotainmentsysteme lässt kaum Wünsche offen. Auch von außen ist der Golf TSI Blue Motion leicht zu unterscheiden von seinen Markenbrüdern. Zum einen durch das Blue Motion Schild an der Front und am Heck. Aber wir haben hier auch einen anderen Kühlergrill. Im Kühlergrill ist eine Lamelle, die kann sich öffnen und schließen. Das ist gut, um die Motorkühlung bzw. Erwärmung des Motors zu steuern. Großen Wert hat man auf die Aerodynamik gelegt. Diese Lamelle bringt etwas Zusätzliches. Das Fahrzeug 15 Millimeter flacher, also tiefer gelegt als der normale Golf. Und wir haben hier am Heck einen neuen Spoiler, einen zusätzlichen Spoiler. All diese Dinge zusammen sind optimal, um den Luftwiderstand zu verbessern. Zudem verfügt der TSI Blue Motion über Leichtlaufreifen mit geringerem Rollwiderstand. Der neue Motor ist nicht nur kleiner und leichter, er verbraucht weniger. Weniger Zylinder bedeuten weniger Reibung. Doch was macht den intern als EA211 benannten Motor so besonders? Ich beginne mit dem Zylinderkopf. Wir haben hier im Zylinderkopf, das sieht man hier, ist der Abgaskrümmer im Zylinderkopf zusammengeführt. Die Abgaskrümmer, das heißt wir sparen uns den Abgaskrümmer und wir können damit das Abgas im Zylinderkopf runterkühlen und ersparen uns die Vollostanfettung. Der hat zudem den Vorteil, dass wir das Kühlwasser relativ schnell aufwärmen. Das heißt, im Kaltstart wird der Motor deutlich schneller warm, der Innenraum wird schneller warm. Dann baut es auch sehr kompakt, ist vom Gewicht her günstiger und ist auch noch kostengünstiger. Vielleicht ein anderes Highlight, wenn wir rumgehen. Hier haben wir getrennte Kopfblockkühlung realisieren können über dieses Modul, wo auch die Wasserpumpe gleich integriert ist. Das sehen wir hier. Und das Schöne ist, über dieses Modul können wir unterschiedliche Temperaturen fahren. Also unten, wo man es gerne ein bisschen wärmer hat wegen der Reibleistung, fahren wir höhere Temperaturen und im Kopf können wir, ich sage mal, einen kühleren Kopf bewahren. Bei dem Motor, das tut der Verbrennung wieder gut. Dreizylindermotoren sind gerne lauter und laufen zudem unruhiger als zum Beispiel Aggregate mit Vierzylindern. Ihnen die gewünschte Laufkultur beizubringen, verlangt nach einigen technischen Kniffen. Der Golf TSI Blue Motion hat einen Dreizylinder an Bord, wie wir bereits gesagt haben. Das Interessante ist, man merkt überhaupt nicht, dass man einen Dreizylinder fährt. Der Wagen ist agil, genauso wie beim Vierzylinder. Der Wagen ist sehr leise, auffällig leise, sodass man zum Beispiel in der Stadt oder bei sehr langsamer Fahrt den Motor fast gar nicht hört und eigentlich kaum Geräusche von außen nach innen dringen. Sehr schön ist auch die Charakteristik des Motors. Er fühlt sich an wie ein Vierzylinder und zusammen mit dem DSG-Getriebe läuft er sehr ordentlich, also für die Alltagsfahrt perfekt geeignet. Das typische Ruckeln eines Dreizylinders beim Anlassen und Stoppen konnten die Wolfsburger dennoch nicht ganz unterdrücken. Die Stopp-Start-Automatik ist spürbarer als bei anderen Modellen. Ansonsten merkt man kaum Unterschiede zum bisherigen Antrieb. Unser Motor hier hat mehr Leistung und mehr Drehmoment als der Vierzylinder 1,2 Liter TSI-Motor von Volkswagen. Dennoch gibt VW den Verbrauch an mit 4,3 Litern. Ob wir das erreichen werden, wird sich zeigen, aber bis jetzt sieht es sehr ordentlich aus. Den neuen Golf TSI Blue Motion gibt es wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder dem 7-Gang-DSG. Am Verbrauch soll dies beim Standard-Golf nichts ändern. Die 115 PS und maximal 200 Nm beschleunigen den Golf in 9,7 Sekunden auf Tempo 100. Bei 204 Stundenkilometern ist Schluss. Diese Werte sind für den Alltagseinsatz sicher mehr als ausreichend. Mit einem Einstiegspreis von 20.450 Euro ist der TSI Blue Motion rund 1.000 Euro teurer als der 110 PS 1,2 Liter Vierzylinder. Die Verbrauchsersparnis von rund 0,6 Liter auf 100 Kilometer und der CO2-Ausstoß von nur 99 Gramm wird daher in Deutschland kaum Grund genug für einen Kauf sein. In Ländern, die deutliche Steuererleichterungen für Fahrzeuge mit einem Emissionswert von unter 100 Gramm CO2 bieten dies jedoch ganz anders aus. Dennoch, der Motor wirkt agiler als der Vierzylinder und punktet bei Leistung, Drehmoment und Verbrauch. Während unserer Testfahrten mit dem neuen Golf TSI Blue Motion haben wir die ganze Zeit versucht, die 4,3 Liter auf 100 Kilometer, die VW angibt, zu erreichen. Völlig ohne Chance. Wir waren immer bei 4,9, 5,1 auch mit vorsichtigem Gasfuß. Dann fiel uns jedoch auf, es war warm. Wir hatten die Klimaanlage an bei 32 Grad Außentemperatur, die Klimaanlage aus und der Durchschnittsverbrauch fiel auf 3,3 Liter. Heute auf dem Weg zur Relaisstation haben wir es geschafft, einen normalen Durchschnitt auf der Autobahn mit Tempo maximal 110 von 4,4 Litern zu fahren. Das zeigt ganz klar, wenn man den Wagen vorsichtig fährt, ist ein Durchschnittsverbrauch von 5 Litern überhaupt kein Problem und das ist für einen 115 PS starken Golf ein wirklich guter Wert.